Hallöchen ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Bobbel des Monats. Ich habe das ja jetzt seit Anfang 2023 eingeführt, dass ich immer einen ganz bestimmten Bobbel raussuche und der dann den ganzen Monat lang in mehreren unterschiedlichen Lauflängen für 2 Euro Rabatte in meinem Onlineshop angeboten wird. Den Link zu meinem Onlineshop findet ihr natürlich in der Infobox direkt unter diesem Video oder ihr geht einfach direkt über romyfischer.de dort in den Onlineshop und in diesem Monat ist es der Bobbel mit dem Namen Lemon Tree. Ich finde es ganz passend für den Monat März so in Frühlingsfarben das ganze zu halten und dieser Bobbel Lemon Tree gibt es den ganzen März lang in den Lauflängen 800 m, 1000 m, 1200 m, 1400 m, 1600 m, 1800 m und 2000 m für ganz ganz viele unterschiedliche Projekte jeweils 2 Euro günstiger. Also wenn ihr Lust habt mal zu stöbern, ich habe natürlich auch sehr 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 viele weitere Farbkombis im Shop drin, aber dieser ist jetzt hier diesen Monat März im Angebot, weil er Bobbel des Monats ist und ja schaut einfach mal vorbei. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Lust habt auf ein kleines Schaufenster und vielleicht auch das eine oder andere für euch mit dabei ist und mit Sicherheit bin ich beim nächsten Mal wieder mit dabei mit einer neuen Anleitung häkeln und oder stricken. Das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht so genau, was als nächstes für eine Anleitung online geht. Achso, für diejenigen hin und wieder habe ich noch mal eine Nachfrage von einigen von euch, die das noch nicht wissen. Ich wickele in der Regel eigentlich immer vierfällige Bobbel ist. Ich weiß, es gibt auch einige, die dreifällig wickeln oder fünffällig oder mehr. Meine Bobbel sind eigentlich immer vierfällig. Falls nicht, ist das immer angekündigt und hinterlegt in der Artikelbeschreibung, aber an sich sind eigentlich alle vierfällig gewickelt. Wie gesagt, jetzt Lemon Tree shoppen und verarbeiten. Ich habe damit im Übrigen schon zwei Tücher gemacht, also eine Anleitung hier auf YouTube und eine Anleitung habe ich auf Crazy Patterns mit dem Lemon Tree gemacht und die habe ich jeweils, da habe ich jeweils 800 Meter für verbraucht. Das ist jetzt hier ein Tausender, den ich schon bereits für eine Kundin gewickelt habe und auf jeden Fall ganz viel Spaß für euch beim Häkeln, Stricken und Shoppen. Bis zum nächsten Mal, eure Romy. Tschüss!